Einkaufen auf dem Fiktualienmarkt, wo Brunnen, Laternen und die Standel festlich geschmückt sind. Wer mag, der holt sich das Adventsgefühl mit Gestecken, Kränzen und vielen Deko-Ideen einfach nach Hause. Adventsgefühle kannst du hier wunderbar entwickeln und auch erleben auf dem ganzen Fiktualienmarkt. Wir haben uns alle wunderbar geschmückt, jeder Händler hat sich Mühe gegeben und etwas mehr gemacht wie sonst. Wir stehen hier am Waldmarkt und das ist die älteste Abteilung vom Fiktualienmarkt. Und wir haben alle Adventsartikel wie Adventgrenze und danach kommen jetzt, später kommen dann noch die Christbäume, wo handgebunden sind. Hallo, mein Name ist Gabi Klein vom Kleinswald und Wiesenstandl am Wiktualienmarkt. Um ein bisschen Adventszauber zu bekommen, auch wenn es keinen Christkindlmarkt dieses Jahr gibt, haben wir Streuße zum Mitnehmen. Meine Familie und ich freuen uns auf ihren Besuch.